Ich befinde mich gerade auf der Kreierstraße, Ecke Bergknappenweg und hier ist das ehemalige Gemeindehaus neu restauriert worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig toll geworden. Ich muss jetzt nur gucken, kann ich gleich mal auf die andere Straßenseite kommen, damit man das auch von der anderen Seite sieht. Wir gucken mal Richtung Kreierstraße. Ja und hier sieht man das Gebäude komplett. Richtig toll und das wollte ich einfach mal festhalten, weil ich das auch schön finde, wenn Eigentümer Geld investieren zur Verschönerung ihrer Immobilien. Ja und hier ist das Gebäude.